Ich bin der Robert Buchberger, Fleischermeister der dritten Generation aus Böllau bei Hartberg in der Oststeiermark. Mein Opa hat unseren Betrieb 1946 gegründet und ich war als Kind schon begeistert bei der Arbeit dabei, habe mitgeholfen und habe gesehen, dass mein Beruf Berufung ist. Ich habe dann die Hattelsschule in Hartberg gemacht, die Gesellenprüfung und die Meisterprüfung und mein Vater hat mich dann schon recht früh zu den wichtigen Terminen mitgenommen und ich habe so in dem ganzen Betrieb eine schnuppern können. Mir ist der ökologische Kreislauf in unserem Unternehmen sehr wichtig. Das heißt, mein Vater fährt zu den Bauern vor Ort in Böllauertal hin, kauft so die Rinder und die Schweine und wir veredeln das in unserer Fleischwagenmanufaktur zu Spezialitäten und verkaufen diese in unseren sechs Filialen in der Steiermark. Ich habe dann die Idee gehabt, die regionale Spezialität Böllauertal Hirschbirne mit unseren Fleischspezialitäten zu verbinden und bin da auf die Idee gekommen, den Hirschbirnleberkäst, den Hirschbirnschinken und die Hirschbirnpastete zu kreieren, die weltweit einzigartig ist. Als Handwerkstraditionsbetrieb halten wir die alten Produktionsmethoden noch hoch und tun zum Beispiel nur Warmbräten, was ganz was Spezielles ist, weil man durch diese Art ohne chemische Zusätze zum Beispiel einen wunderbaren, flaumigen Leberkäse erzeugen kann. Ich bin stolz auf das Fleischhandwerk und werde die Rezepte der nächsten Generation weitergeben. Perfekt. Voten Sie mit! Wählen Sie den Super-Nachfolger, klicken Sie follow-me.nachfolgen.at und bestimmen Sie mit, welcher steirischer Nachfolgebetrieb den Follow-me Award gewinnt. follow-me.nachfolgen.at Gewinnchance inklusive mit 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 mit